Oha, wie er sich auf seinem Gewehr aufspießen wollte. Alter, was für ein geschicktes kleines Schweinchen. So, da ist er wieder. Und das hat er wieder vergessen, die Marker einzupacken. Jetzt habe ich einen Marker und die Kamera. Die kommen wir ja da oben an das Brutel Store oder wie der Saftladen heißt da. Kann man das da platzieren und da können wir nur einen LKW markieren. Skiffcamp. Ah, ich weiß nicht so recht. Da siehst du wieder nichts auf dem Smartphone. Achso, ja. Noch sind wir erstmal draußen. Oh, oh. Wo sind die Zeiten hin? Da ich es wenigstens bis zu diesem komischen Krankenwagen geschafft habe. Meine Herren. Hey. Sensationell. Essen und trinken. Danke, Sveni. Danke. Danke. Du bist mein Lebensretter. Mann. Oh. Pflanzer. Pflanzer. Ich renne erst mal an Sicherheit. Der blöde Skiff, alter. Der hatte sieben Meilenstiefel an, der Idiot. Vollgas. Da ließ ich aber durch nichts aufhalten. Schießt der mir mein Skiffknot weg, Jonas. Irgendeiner snipe hier. Ja. Wo ist der hingerannt? Wo ist der hingerannt? Wahrscheinlich noch eine Einkaufsliste von der Alpen gekriegt. Kurz verladen. Schluss. Schäller. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich glaube, das war drüben auf der anderen Seite, oder? War der jetzt hier unten oder oben? Mann. Oh, das Licht. Warum ist denn das so grell? Sag ich mal. Okay. Da vorne quackt noch einer. Ey, das war auch... Das war auf... Auf Reserve war es irgendwie angenehmer, das Licht. Die gleiche Waffe. Gleiches Licht. E-Werk. Ah, okay, Sveni. Das stimmt. Da hast du recht. Das ist ja. Das ist das. Das ist ja. Ich sehe nichts. Zwei Helligkeitsstufen. Und wie schalte ich die ein? Ah, du hast recht. Zwei Helligkeitsstufen. Danke, Bleispender. Ey, das habe ich noch gar nicht gewusst. Fett. Wieder was gelernt, in der Tat. Sehr schön, sehr brauchbar. Cool. Das ist ja geil. Es ist doch Wahnsinn, oder? Ich weiß nicht, was es in Druck auf alles gibt. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Der hat sich auf seinem Gewehr aufspießen wollte. Sheriff, was für ein verrückter Tag. Skeffs sind in die Bude gekommen und haben sich mit ihren eigenen Gewehren aufgespießt. Haben wir es nicht bald fertig, sagen wir mal? Ich glaube, einer fehlt noch. Äh, wie hieß denn das? Draußen raschelt noch einer gefährlich mit seinem Ärmel. Wir brauchen bloß mal gucken, wo wir einen weitesten Progress haben. Ach ja, genau. Noch eins, Keff. Das ist ja wohl niemand. Okay, hätten wir abgehakt. Cool. So, dann müssen wir jetzt noch hoch das Ding platzieren. Schön, wie sie zu mir gekommen sind. Wunderbar, freue ich mich. Da draußen schlumpft doch immer noch einer rum. Oh, ist schön. Alter. Was für ein geschicktes kleines Schweinchen. Wie er sich angebirscht hat. Das sind Skeffspieler oder was? Wünsche euch noch viel Spaß. Gute Nacht. Bin oft knallig. Danke dir. Wir sehen uns. Morgen oder vielleicht Freitag. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf alle Fälle irgendwann mal wieder. Ich danke dir. Bis dahin. Tschüssi. Sag ich Dankeschön. Naja, ich brauche eigentlich bloß einen Respirator. Wo bin ich eigentlich hier? Sie ist die Anmut selbst. Und die Charme ist von einer Herzlichkeit, die ich mir überhaupt noch nie erlebt habe. Danke, Kaiser. Svenni, fahr vorsichtig. Komm gut nach Hause und danke dir, dass du da warst. Wo bin ich denn hier gelandet, sag ich mal? Wo ist denn das, wo ich hin muss? Das ist das große Maul und dann will man sich verpissen. Ah, okay. Ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Oder? Ja, sicher bin ich mir nicht. Nee, ich weiß es nicht. Oder ich weiß es. Hinten im Idea ist das. Ich bin im Idea gelandet. Ich bin im Idea. Wo ist diese Puder? War die in den Mittelgang oder? Ja, da ist es. 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 Ich glaube, das ist das Geheimnis. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Oh Alter, was war denn das? Ach, Gewitter. Ah, okay, okay. Ich weiß, wo ich bin. Schön. Da haben wir wieder eine Quest geschafft. Neun Stück nur, ja. Bisschen fleißig waren wir schon. Komm, zieh durch, zieh durch. Aber jetzt, wir geben ab. Und dann ist es so weit. Und dann ist es so weit. Bis zum nächsten Mal.